New Game Found. Das ist so geil. Loba. Klein Loba mit dem Stinkefinger, das hört einfach nicht auf. Das ist so geil. Ein Kill, TikTok-Videos, 42.000. Oh Mann, man muss es 20 mal gucken, findet immer wieder was Neues wahrscheinlich. 42.000 TikTok-Videos, 23.000. Das lohnt sich. Leute, ich habe gerade ein absolut geniales Apex Legends Meme Trailer Video gefunden vom damaligen Stories from the Outlands Trailer, wo Revenant die Familie von Loba tötet. Eigentlich traurig genug, der ganze Trailer spannend zugleich. Aber der wird so von Memes zugeballert, das ist so unfassbar amüsant, witzig zugleich. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Tränen gelacht wie in diesem Video und ich lasse bewusst diesen Trailer einmal komplett ohne Pausieren durchlaufen mit meiner Reaktion und mache den Trailer dann noch einmal von vorne und dann stoppen wir hier und da, weil es eine Menge zu sehen gibt, was so lustig ist, was man aber einfach auf die Geschwindigkeit des Trailers komplett übersieht. Ich hoffe unbedingt, dass ich von diesen Typen noch mehr finde, weil es war einfach zu, zu göttlich. Ich bin auf eure Reaktion auf jeden Fall gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Viel, viel Spaß. Haut die Kommentarsektion voll, wie ihr das findet. Wünscht ihr euch noch mehr davon? Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, weil es unwahrscheinlich viel Spaß macht, Reactions auf solche Parodien zu machen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Das würde ich mich, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Video. rein. Tschau. Ciao. Geil. Oh Mann ey, ich glaube ey, unterscheidet, da wird es, ich werde wahrscheinlich zehn Minuten brauchen, um diesen Trailer auseinander zu nehmen ich bin mir sicher monobraue daddy oh man und tschüss ach da war die monobraue wieder weg das ist stark diese nervigen pinger ist das geil gemacht alter guckt euch das mal an we'll be right back erst mal werbefug oh man wie geil ist das denn gemacht es ist eigentlich frech genau diesen trailer zu nehmen weil er echt emotional ist schuldigung ich habe pause gedreht das ist das geil was ist das denn alter ich habe schon wieder tränenden augen scheiße oh man wie geil ist das denn ist das zu göttlich oh man das ist echt zu krank ach das war zu geil so leute wir fangen jetzt mal von vorne an ich wünsche mir die tränen weg und ich glaube es gibt eine menge zu sehen alter wie lange muss das gedauert haben dieses video zu erstellen erst mal auf jeden fall schon die rasur ist einfach zu göttlich das schneidet sich einfach in der ganzen fresse oh mein gott oh mein gott ey p2020 ist useless ok das sehe ich jetzt aus nice hamurd robotic logo fällt erstmal komplett ab weil mir läuft das auge vor lachen das ist so geil und guckt euch das jetzt an jetzt müssen wir mal ganz kurz genau gucken da gibt es eine menge zu sehen oben links ein teletapi am staubsauger alter es hört gar nicht auf zu laufen ein teletapi am staubsauger angeschlossen ein typ der die treppe runterrutscht durch das malen zack und runter irgend so ein amerikanischer politiker ich glaube es war unser präsidentschaftskandidat der terminator elon musk und so weiter und so fort wahrscheinlich sind auch ein paar insider dabei die du einfach nicht verstehst ah wie der grinst new game found das ist so geil loba klein loba mit dem stinkefinger das hört einfach nicht auf das ist so geil ein kill tiktok videos 42.000 oh man man muss es 20 mal gucken findet immer wieder was neues wahrscheinlich 42.000 tiktok videos 23 das lohnt sich so pet penis also fat penis level 69 121.674 kills headshots 21.000 dapps 3 okay das ist wahrscheinlich irgendein insider den ich einfach nicht verstehe klappt mich gerne auf aber es ist es ist einfach geil big pp 2020 oh ist das herrlich jetzt mal ernsthaft das muss doch ewige stunden gedauert haben die monobraue das ist so göttlich das ist so göttlich oh ist das geil das video das geschenk das geschenk mosambik war das ein monster energy tatsächlich 2 4 6 9 9000 mal energy so schreibt mal bitte in die kommentare wie findet ihr das geht es euch genauso dass du vor lachen einfach nur heulst das ist so geil oh man dieser ping spam ist so göttlich oh big pvp starting end ein kill nach dem anderen wie viel damage hat der gemacht 126 ah ja mit einem dieser körperschild oh ist das göttlich ein table killed oh ist einfach geil es ist einfach so geil super sauergen revenant super sauergen revenant so göttlich hier we'll be right back weg es ist einfach geil die mosambik schmidt komplett weg ah das ist aber auch echt frech ohne scheiß wie sie einfach nieder geschossen wird und nochmal schießt einfach down und dann gekillt es ist schon irgendwie krank down down death es ist heftig die fresse auch das ist echt übel es ist traurig und lustig zugleich bitteschön where are you the kill leader das ist so geil ah warte mal warte mal schnell zur deathbox oder habe ich das richtig gesehen kill 69 ebenfalls so schnell kannst du gar nicht stoppen das will ich noch gestoppt kriegen aber das ne kriegst du nicht ist egal wer kennt es nicht er ist sogar auf dem frankfurt server das ist ja auch witzig ah herrlich wer kennt diesen dauer ping es ist einfach einfach zu göttlich alter wenn ihr mehr davon sehen wollt bitte einfach schreiben abonnieren einfach alles haut rein bis zum nächsten video ciao warte mal